Hey Freunde, was geht? Euer Malu Isda ist da. Wir gehen jetzt ein paar Cheeseburger kaufen. Heute kommt nämlich eine Cheeseburger Challenge. Ich gegen Husn immer wieder und wir sehen uns gleich wieder. Also wir sind jetzt hier bei McDonalds. Geld Isda. 20 Cheeseburger ohne Gurken werden jetzt bestellt. So Freunde, hier 20 Cheeseburger ohne Gurken. Wir sind hier wieder City Smok, Hannover, Langelaube 13. Langelaube kommt da hin. Und wir drehen jetzt die Challenge. So Freunde, was geht ab? Euer Husni Aschraf am Start. Natürlich heute mein Brudi Malu Isda. So, das ist die Abkürzung Malu Isda. Ja, Freunde, wir haben jetzt hier auf jeden Fall 20 Cheeseburger. Digi, du bist schon krank. Ich habe eigentlich gesagt, gut, Cheeseburger, wir essen was damit. Wir machen eine heftige Challenge jetzt. Und Malu erklärt euch ganz kurz die Challenge nochmal. So Freunde, ich erkläre euch jetzt die Challenge. Wir machen einen Timer von drei Minuten. Wer mehr isst, der hat halt gewonnen. So, und die Bestrafung wird einfach so sein. Natürlich, ich hoffe mal, dass ich gewinne. Auf jeden Fall. Er hat ja so Muskeln im Körper und so. Er denkt, er ist hier armen und schwarzen Läger. Derjenige wird auf jeden Fall drei fette Schläge auf seinen Bauch bekommen. Das ist die Bestrafung dafür. Kennt ihr das? Ihr habt euch voll gegessen, Digi. Richtig voll gegessen. Auf einmal, du kriegst so drei Schläge in deinem Bauch. Digi, du musst kotzen. Mach mal kurz den Cut, Digi. Ich muss gar nicht kotzen. Digi, ich zerstöre deinen Bauch. So Freunde, wir fangen auch jetzt direkt an. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier zehn Schießbürger jeweils auf einer Seite. Zehn hier, zehn da. Und ja Leute, ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Los. Isst doch schneller, Junge, dort hast du Hunger. Ich hätte nicht nur das Glück müssen. Ja, Junge, dann sagst du doch. Zehn schafft man easy. Na, ich darf nicht zu essen. Ich hab verloren. Kannst du auch mal, ich hab verloren. Das ist dein zweiter, ne? Du bist nicht das dritte, oder? Willst du aufgeben? Ja. Ja, gib auf, Bruder. Hallo, Darkness, my old friend. Nach anderthalb Minuten hast du schon gewonnen. Leute, ich fick einfach jeden auf meinem Kanal. Ist mir egal, ob das ein Omar oder Maro oder Swans ist. Ich bin der Ficker, Digga. Haha. Ich meine, zehn Stück schafft man insgesamt, aber nicht auf zwei Minuten natürlich. Drei Minuten. Okay. Ja, okay. Du musst ja nicht, weil die meisten schafft. Nein, du warst langsam. Aber du warst wirklich langsam. Ich kann es nicht so schnell kauen. Ja, okay. Also gib auf, Bruder. Ja, normal. Er gibt auf. So, Bruder, ich würde sagen, wie kommen wir jetzt gleich zur Bestrafung. Maro, zieh mal bitte dein T-Shirt komplett aus. Ja, aber doch. Ja, mit T-Shirt wird dir auf jeden Fall wehtun. Deswegen. So, er zieht jetzt auf jeden Fall sein T-Shirt aus. Er zeigt mir jetzt hier kurz sein Sixpack. Er weiß, eine Ansage an jeden YouTuber. Ich fordere jeden heraus zu einer heftigen Challenge mit einer heftigen Bestrafung. Von mir aus ist mir egal, an wen. Ist mir egal, wer Eier hat von euch. YouTuber, Eier. YouTuber kommt zu mir. Zeig ihr Eier, wir brauchen Eier. Macht mit mir eine Challenge. Ich rasiere euch alle gegen den Strich auf jeden Fall. Definitiv. Maro, bist du ready, Bruder? Ja, ich scheiß nicht rein, Bruder. Warte. Komm, er hat auf jeden Fall einen holländischen Körper. Warte. Geh nach hinten kurz. Mach hinten ein bisschen. Mach so. Ich will, dass du so machst. Digga, ich kann so nicht. Ich muss so machen. Nein, mach so, so. Ich hab besseren Stellen. Aber so wird die Wert wehtun. So. Weib so. Hoch. So. Digga, nein, Digga. Das tut zu dir. Ich mach so wie... Ja, aber ich schwöre, so mach ich dir will. Geh mal weiter dahin. Ja. So, Leute. Wie kommen wir zu dem ersten Schlag, okay? Der erste Schlag. Du hast ja jetzt nicht reingewixelt, aber warum machst du auch noch? Guck mal. Der erste Schlag, Freunde. Ich hab, apropos, ich hab acht Jahre geboxt. PSV Schönebeck. Ähm, ich hab auf jeden Fall über 53 Kämpfe gehabt. Dann hab ich mit Boxen aufgehört. Und ja. Mach in Mitte, nicht hier in Seite. Da! Okay. Komm, Junge, Marc. Dann schlag nicht so doll, sonst fülle ich nach hinten, wenn ich so stehe. Dann sag, schlag nicht so doll. Ja, jetzt fang ab, Junge. Du musst... Warte, du musst machen, ich strebe mich da anders hin. Ja. Sag mir, wann du soweit bist. Mach. Aaaaaaah! So, das war auf jeden Fall einer, den hab ich nicht ganz dolle rausgezogen. Aua, Bruder! Warte, ich hab nicht so doll gemacht, ich schwöre. So, einer war das. Wo ist denn, das war zu doll? Das war einer von drei, der nicht locker war. Der war ganz locker. Ey, Digga, hör auf, ich muss kotzen, Digga. Ja, das ist Sinn der Sache. Kotz, die sind schon mal bereit. Habt ihr... Hahahaha! Gerade dann... Kannst du dir? Zeig mal, dass du ein Mann bist. Nein, das zählt nicht, das zählt nicht. Aaaaaaah! Das zählt nicht, sonst muss ich richtig ausholen. Ey, das zählt, Bruder. Scheiß drauf. Hör mal auf, Digga, hab ich schon schwille dich geholt. Ich schwöre. Ja, okay, wir haben jetzt die zwei. Ich schwöre, der letzte wird doll sein. Komm jetzt. Halt, wo ist denn? Wallah, der wird doll sein. Ich hab Wallah gesagt. Mach mal kurz den Cut, Digga. Ich muss, glaube ich, kotzen. So, Freunde. Den zweiten Schlag hab ich ihm geschenkt. Ich schwöre, den dritten Schlag. Den wird er auf jeden Fall nicht mehr vergessen. So, Freunde. Der letzte Schlag und dann war's das mit Bestaufung. Die scheiß nicht rein, ich schwöre. Nein, ich schwöre, nein. Hör mal auf, Junge. Hör mal auf, Junge. Lass, Alter. Jetzt komm jetzt. Er macht einen auf Tupac Körper. Aber kann meine Schiege nicht haben. Junge, lass mich enttäuscht als Tupac. Warte, eins, zwei, mach kurz, mach auf. Mach, Junge, mach jetzt. Alter, nein, der war gar nicht. Der war nicht, also der hat nicht gewegetan. Egal, auf jeden Fall. Wie ne Pussy hat er angefangen zu heulen die ganze Zeit, diese Pussy. Egal, aber ich hab wie ein Ehrenmann gewonnen. Ich wollte ihn auch nicht jetzt umbringen. Du hast es genau auf Musking geschlossen. Das hab ich nicht gemerkt. Malu, du hast auf jeden Fall verdient verloren. Nein. Dann hab ich plötzlich so geschlagen. Er sagt, du hast gut verloren. Du hast gut verloren. Auf jeden Fall drei Schläge hat er bekommen. Ja, Freunde, ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß und Freude bereitet. Ich wollte den Jungen auch nicht umbringen. Aber ich schwöre, ne. Ich schwöre beim nächsten Challenge, ich mach keine Ausnahme mehr. Ich schwöre, das war jetzt, ich war zu gutherzig. Aber egal. Nix mal, ich bring ihn um. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, Husni Aschraf. Kommentiert alle mit dem Hashtag, Husni Army. Und natürlich, Malon Army. Und ja, Freunde. Zerstört den Like-Button. Zerstört meinen YouTube-Kanal, Woto 1 Million. Ich bin Schalke. Auf drei. Peace. Also steh uns nicht im Weg. Peace. Zuschauer. Willst Putz mehr IG思ries für preview live offer? Ist denn aber kein drop shooter. Boom,ita. Schalke. Michael Regime Radio. Kommt. Wir waren alleẻ. Wir waren für die andere Wirary stück. Wir gehen like. LosB lateral żyhe! Wir sind die neue Macht.